Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 2. In der letzten Folge sind wir, äh, Sherrys Vater mal wieder losgeworden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihr Vater ist. Und, äh, jetzt sollten wir sie vielleicht mal retten. Alles okay? Was tust du da? Ich will dir helfen. Sherry becomes implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Ich hoffe, sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter, also rein hier! Du verstehst das nicht! William ist da draußen! Und wenn ich ihn nicht stoppe! Dieses Gespräch ist vorbei! Warte! Warte! Ich, ich kann etwas tun! In meinem Labor! Es ist nicht weit! Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry. Mami liebt dich, Süße. Lieb wohl. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso? Wie tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Jetzt ist nur die Frage, wo das Labor ist. Äh. Ich denke ja mal. Wir sollen den Zug nehmen, oder? Wie beim letzten Mal auch. Äh, ja, da kommen wir so oder so nicht mehr lang, also... Das kann ich knicken, und sie hat... Genau. Äh, sie hat auch, glaube ich, so ein Armband um, kann das sein? Ich finde es auch irgendwie einfach so dreist... ...dass die Olle ihre eigene Tochter in so einen Müllraum sperrt. Wir sind fast da, Sherry. Wir sind fast da. Oh, gut. Die Seilbahn. Oh. Ähm. Hier. Okay. Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Okay, äh, dann geh ich noch mal kurz zurück. Einfach nur, weil ich noch mal diesen Raum da angucken will, wo sie drin war. Äh, da muss ich lang, ne? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, das wird die letzte Chance sein. Naja, hat sie auch grad gesagt. Also, äh, wie komm ich denn da rauf? Versteh ich nicht. Aber ja. Moment. Nein, okay, ich... Die könnten wir theoretisch sogar wieder mitnehmen. Ist ja witzig. Sie muss auf jeden Fall William aufhalten. Ach, die sind doch alle irre. Hm. Hier hätte sich Ada versteckt. Aber nur hier gibt's in diesem Raum dieses Mal einfach gar nichts. Wahrscheinlich haben die sich auch schon gedacht, dass, äh, ja, dass man hier eher nicht zurückkehrt, als, also nicht dahin zurückkehrt, als dass man dahin zurückkehrt. Deshalb haben die's gelassen. Aber wir haben ja allgemein grad ne ganz gute Ausrüstung, würde ich behaupten. Ähm. Aber ja. Kann ich damit noch irgendwas machen? Nö, ich hab dafür ja keine Munition mehr. Lol. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach unten ins Labor. Boah, ich denke mal, ab da wird sich dann wieder alles ungefähr gleich ereignen, wie damals mit, äh, Leon auch. Leon? Ja, es war Leon. Ich musste schon wieder nachdenken. Wen's hier immer so alles gab in diesen ganzen Spielen. Da kommt man irgendwie auch voll schnell mit den Namen durcheinander. Aber Leon, den kennen wir ja noch aus Resident Evil 4. Beste Spiel. So. Wir machen uns auf den Weg. Tschüss. Tschüss. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Gibt's jetzt wieder eine dramatische Cutscene? Ich glaube schon. Hey. Ist du okay? Deine Jacke ist so warm. Hab ich von meinem Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich. Bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Mann, dieser Lichtback schon wieder. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey, Sherry, komm her. Hey, halte durch, okay? Ness, wird in Kürze erreicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. Also das ist dann ja komplett anders. Dass wir hier jetzt mit ihr drin rumlaufen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Ja, ja. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wenn wir sie hier irgendwo lassen könnten, wär das mal nice, aber... Das wird wahrscheinlich nichts, obwohl hier geht's vielleicht. Oh, okay. Hier ist gut. Okay. Was jetzt? Ähm... Irgendwas muss doch hier sein. Antiviralis Agens. Das ist es. Das muss es sein. Hm. Hey. Hey, Sherry. Ich muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Okay. Ähm. Bei den E-Mails müsst ihr wieder auf Pause drücken, wie beim letzten Mal auch. Und bei den Notizen auch. Beziehungsweise jetzt haben wir eine Karte gefunden. Nice. Ich frag mich halt, ob dieser komische, äh, Tyrannisierer jetzt wieder auftauchen wird. Oder eher nicht. Ich hoffe ja mal, der hat jetzt erstmal die Schnauze voll. Der hat ja von dem, äh, der hat ja von dem Typen ordentlich einen wegbekommen. So. Brauchen wir hier von irgendwas gerade nicht. Ich würd sagen, das brauchen wir gerade alles. Dementsprechend behalten wir das einfach mal alles gerade hier. Ähm. Das überspeichern wir natürlich wieder nicht. Das ist der Run mit Leon. 49 Mal haben wir gespeichert. Wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte. Krass. Gut, wir müssen erstmal hier lang. Wie beim letzten Mal auch. Hier in der Cafeteria erwarten uns dann wieder einige Gegner. Hallo. Ich renn mal kurz hier weg. Oh, oh. Das war nicht der Plan. Äh. Ups. Äh. Ausrüsten. Okay, der ist tot. Oder auch nicht. Oh, nö. Oh, oh. Okay, das ging easy. Mann. Ich hab dich doch umgebracht. Ich hätt das Messer gern wieder. Kann ich wohl knicken. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Und bitte stehen sie nicht mehr auf. Hallo. 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 Oh. Hallo. Mann. Hör auf, dich zu bewegen. Du blödes Miststück. Oh, oh. Gefahr. Gefahr. Äh. Gefahr. Was ist das? Uh. Moment. Das ist wieder für die Waffe. So. Tschüssikowski. Aha. Äh. Irgendwo hier ist wieder jemand aufgestanden. Oh. Echt jetzt? Keine Munition mehr. GG. Reicht es jetzt? Reicht es jetzt? Ach, komm. Irgendwann reicht es dann auch mal. Ich habe halt auch immer das Bedürfnis, mich mit denen auseinanderzusetzen, anstatt die einfach mal zu ignorieren. So. Irgendwelche Munition hier. Schießpulver. Ja gut. Was ist das? Ein Messer? Okay. Nehme ich auch noch mit. Das Essen hier würde ich jetzt nicht mehr so unbedingt essen wollen. Oh shit. Hat er irgendwas? Nein. Tschüss. Hallo? Danke. Äh. So. Upgrade ist auf jeden Fall schon mal am Start. Brand. Ja gut, die mit Brand, die bringen uns wenigstens noch so ein bisschen weiter, ne? Was ist das? Kondensator. Cool. Und nichts. Super. Da freut man sich doch. WTF? Das sieht so fancy aus. Na gut. Das machen wir jetzt nicht mehr auf. Die stehen hoffentlich nicht mehr auf. Wäre gerade nicht so günstig. Oh man, wo sind wir hier nur gelandet? Okay, cool. So, jetzt haben wir wieder den Spaß hier. Mal gucken, ob wir uns da noch in dieser Folge hindurch boxen werden. Aufnahmen. Okay. Was mir gerade noch einfällt. Also, ah, okay. Ich verstehe den Sinn jetzt gerade. Mit Leon mussten wir das Virus finden. Und mit Ada müssen wir das Antivirus finden. Aha. Aha, aha, aha. Okay, jetzt ist der Groschen gefallen. Herausnehmen. Ja, danke. Kombinieren. Danke. So. Nice. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Das packe ich mal da hin. Das packe ich hier hin. Das packe ich da hin. So, immer alles schön geordnet lassen. Nee, Spiel. Ich möchte in diese Richtung laufen. Vielen Dank. So. Ich bin auch mal gespannt, ob wir da am Ende wieder durchkommen. Beim letzten Mal hat Ada das Ding ja aufgemacht. Äh, vielleicht macht es uns dieses Mal Annette auf. Aber ich denke mal, wir müssen dann wieder gegen William kämpfen. Da bleibt uns auf Dauer nichts anderes übrig. So. Boah, das ist ja auch so merkwürdig gemacht, ne? Ich hoffe, hier will jetzt niemand unnötig abfacken. So. Hier sind nur irgendwelche komischen Kreaturen unterwegs. So. Okay, jetzt sind wir schon hier. Hier konnten wir nämlich auch speichern. Das ist ganz günstig, wenn ich jetzt gleich die Aufnahme beende. Grünes Kräuterle ist am Start. Ein Schrank ist am Start, der uns nichts bringt. Gigi. Finden wir hier sonst noch irgendwas? Schwarzpulver. Cool. 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 Dann packen wir das auch mal in die Kiste. Das auch. Obwohl wir haben gerade nichts, um uns zu heilen, ne? Hm. Hier haben wir noch ein vorgefertigtes. Dann nehmen wir jetzt das einfach mal raus. Packen noch blaues Kraut mit dazu. So. Gut. Dann würde ich aber auch sagen, die Folge ist jetzt ein kleines bisschen kürzer geworden. Das tut mir natürlich leid. Aber hier ist natürlich jetzt der ideale Moment, um die Folge zu wenden. Und für mich auch die Aufnahme für heute. Ich nehme dann erst morgen wieder auf. Also ja, wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.